Warum konnte Albus Dumbledore den falschen Alistair Mad-Eye Moody nicht erkennen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über den Feuerkelch, Albus Dumbledore, Barty Crouch Jr. und Alistair Mad-Eye Moody. Genauer gesagt werde ich die Frage behandeln, ob Dumbledore wusste, dass Moody ein Fake war oder nicht. Das Schuljahr 1994 begann wie üblich mit der Versammlung aller Schüler in der großen Halle. Dies war die Gelegenheit für Dumbledore und die anderen Professoren, sich zu Beginn des Jahres an die Schülerschaft zu wenden und alles mögliche anzukündigen, was das kommende Schuljahr betraf. 1994 übernahm der berühmte Todesserfänger Alistair Mad-Eye Moody das Amt des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Trotz seines auffälligen und einschüchternden Äußeren war Alistair Mad-Eye Moody einer der Guten. Er war ein Spezialist darin, dunkle Zauberer zu fangen und sein Ruf eilte ihm voraus. Die Aussicht, dass Alistair Mad-Eye Moody die Verteidigung gegen die dunklen Künstlerklasse unterrichten würde, war ziemlich aufregend, da er wirklich ein Experte auf diesem Gebiet war. Dennoch hatte Moody etwas Seltsames an sich, das bereits bei seiner Ankunft in der großen Halle auffiel. Ein Mann, der sich auf einen langen Stab stützte, in einen schwarzen Umhang gehüllt und von allen Schülern wie gebannt angestarrt wurde. Als Dumbledore ihn vorstellte, erhielt er außer von Dumbledore und Hagrid kaum Applaus. Moody war ein schottischer Auror, in eine Familie von lauter talentierten Auroren reingeboren. In seiner Jugend besuchte er Hogwarts und wurde später ein angesehener Auror und Mitglied einer Eliteeinheit zur magischen Strafverfolgung im Zaubereiministerium. Sein Aussehen, das an einen rauen Kämpfer erinnerte, unterschied ihn deutlich von anderen Lehrern. Was jedoch niemand wusste war, dass der Moody in Hogwarts in Wirklichkeit Barthemius Crouch Jr. war, ein gefährlicher Todesser, der den echten Moody gefangen hielt und dessen Platz einnahm. Crouch Jr. gelang es, den Großteil des Schuljahres als falscher Moody zu unterrichten, indem er die Gestalt und die Stimme des echten Moody täuschend echt imitierte, natürlich mit Hilfe des Vielsafttrankes. Einige verdächtige Unterrichtsmethoden deuteten jedoch darauf hin, dass etwas nicht stimmte, insbesondere seine Lektionen über unverzeihliche Flüche. Das war der Grund, warum Dumbledore und die anderen Lehrer nicht sofort den Betrug erkannten. Erst am Ende des Schuljahres wurde der Schwindel aufgedeckt, als Crouch Jr. enttarnt und der echte Moody befreit werden konnte. Ich frage mich allerdings, ob die Tatsache, dass er zu Beginn des Jahres ein falscher Moody war, zusätzliche Aufmerksamkeit erregt hat oder ob dies sowieso die gleiche Wirkung auf die Läuse gehabt hätte. Hat Dumbledore, der stets weise und scheinbar allwissend ist, irgendwie übersehen, dass Moody ein Eindringling war oder dass er ihn täuschen wollte mit Vielsafttrank? Dumbledore ist äußerst intelligent. Daher habe ich mich schon oft gefragt, ob er etwas wusste, was wir nicht wussten. Während alle anderen verloren sind, scheint Dumbledore immer Antworten zu haben, selbst wenn wir das nicht immer sehen können. Wie konnte er das nur verpassen, dass Moody nicht Moody war? Nicht nur, dass der echte Moody ein guter Freund von Dumbledore sein sollte, sondern er hätte doch auch die Unterschiede in seinem Verhalten von seinem Freund bemerken müssen, oder nicht? Vor allem für ein ganzes Schuljahr. Um die Gestalt von Moody anzunehmen, benutzte Barty Crouch Jr. den Vielsafttrank, der uns natürlich schon bekannt ist. Dieser Trank kann das Aussehen einer Person imitieren und annehmen, sofern man Teile des Körpers dieser Person beschafft, um sie in den Trank einzufügen. Normalerweise werden dazu Haare verwendet, also jetzt keine außergewöhnlichen Körperteile oder so. Wie genau konnte sich Barty Crouch Jr. trotz des Turniers aber so überzeugend als Moody verhalten? Er hat anscheinend einen der größten Zauberer aller Zeiten getäuscht. So sehr ich es auch hasse, das zu sagen, ich glaube wirklich nicht, dass Dumbledore wusste, dass er ein Betrüger war. Vielleicht wurde Dumbledore einfach nur alt oder hat nicht richtig aufgepasst, aufgepasst, aber er wusste es ziemlich sicher nicht. Wenn er es gewusst hätte, wäre es wahrscheinlich unverantwortlich von ihm gewesen, Crouch Jr. frei herumlaufen zu lassen und in seiner Schule allerlei Chaos zu verursachen. Hätte Dumbledore es nämlich gewusst, hätte er Dinge wie den Tod von Cedric Diggory mit Sicherheit verhindern können. Nicht nur das, er hätte wahrscheinlich auch den echten Moody retten wollen, einen guten Freund von ihm, der über ein Jahr lang verschwunden war. Deshalb glaube ich, dass Dumbledore alles übersehen hat. Erstens hatte Dumbledore Moody schon sehr lange nicht mehr gesehen, wie es beschrieben wird. Selbst wenn man jemandem sehr nahe steht und ihn jahrelang nicht gesehen hat, glaube ich, dass man kleine Eigenheiten und Verhaltensweisen durchaus ein bisschen vergessen kann. Als Dumbledore Moody wieder sah, hat er wahrscheinlich entweder diese Eigenheiten oder Verhaltensweisen vergessen oder angenommen, dass sie sich verändert haben. Schließlich wird Moody als jemand beschrieben, dem niemand mehr traut, was darauf hindeutet, dass der Moody, den wir im Festsaal kennengelernt haben, sicherlich unorthodox war. Dumbledore hat vielleicht nur angenommen, dass er sich ein wenig verändert hat. Es gibt auch ein paar andere Dinge zu bedenken. Moody war ein extrem mächtiger Zauberer, möglicherweise einer der mächtigsten seiner Zeit. Schließlich hat Barty Crouch Jr. ihn gefangen genommen, was bedeutet, dass er neben dem Viersaftrank wahrscheinlich weitere Zauber und Verzauberungen einsetzte, um seine wahre Identität zu verschleiern und sich selbst so zu verwandeln, dass er dem echten Alistair Moody so nahe wie möglich kam. Nicht nur das. Jederzeit konnte er auf den echten Moody in der Truhe zurückgreifen, was bedeutet, dass er im Grunde alles fragen konnte. Ich bezweifle, dass Moody bereit wäre, kampflos Informationen über sich preiszugeben. Aber ich bin mir sicher, dass Crouch Jr. die notwendigen Methoden kennt, um Informationen aus Menschen herauszubekommen. Kurz gesagt, Dumbledore wusste es nicht. Er hatte Moody schon lange nicht mehr gesehen. Crouch Jr. konnte sich auch so gut in den Hinein versetzen und Dumbledore hatte wahrscheinlich auch eine Menge anderer Dinge im Kopf, dass er gar nicht darauf bedacht war, darauf zu achten. Es ist durchaus denkbar, dass Dumbledore von Anfang an den Verdacht hegte, dass etwas mit Mad-Eye Moody nicht stimmte, selbst wenn er diesen Verdacht nicht sofort äußerte. Dumbledore hatte Zugang zu zahlreichen Informationsquellen, einschließlich des Orden des Phönix und könnte Hinweise erhalten haben, die seinen Verdacht bestärkten. Es ist auch denkbar, dass Dumbledore Moody bewusst in seiner Nähe hielt, selbst wenn er Verdacht schöpfte, um Barty Crouch Jr. genauer zu beobachten und zu sehen, was er plante. Dumbledore war ein Stratege und könnte einen Plan gehabt haben, der nicht sofort preisgegeben wurde. Insgesamt könnte es sein, dass Dumbledore das Spiel mitspielte, um mehr über die Pläne von Voldemort und seiner Anhänger zu erfahren, bevor er handelte. Dies würde auch zu seiner oft verschwiegenen und vierschichtigen Art passen, die Dinge zu handhaben. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter.